Hallo, ich bin der Silas, das ist der Martin und der Tobias und wir sind im dritten Lehrjahr als Küfer, man kann auch sagen Bötscher, Fasselbinder, Fassbauer an sich für Holzfässer. Unsere Berufsschule ist in Österreich, weil wir in Deutschland keine haben. Wir machen Großfässer, Kleinfässer, Kübel und Regentornfassfäste. Ja, hallo, hier sind wir dann in der Halle für uns und ja, hier sieht man Blumzöpfe, die wir jetzt in der Kübel hier bauen und ja, die werden ganz neu gebaut, die wurden gefühlt, zusammengestellt und werden jetzt noch bearbeitet, dass sie schön aussehen. Ja, hier haben wir Rückbauten, das waren mal so 190 Liter Fässer, aber der Kunde wollte kleinere Fässer haben und jetzt ist unser Kollege da gerade dran, die Böden einzubinden von den quasi neuen Fässern. Ja. Also wir haben hier ein großes Fass von einem Teuter-Bickelhersteller und das sind 7.000 Liter und das wurde von uns überarbeitet, es wurde abgehobelt, abgeschliffen und neue Reihen wurden drauf gemacht. und es ist auf Pfünskatzen, da bleiben Anblüter. O Gott. O Gott. O Gott. Wir sind wieder auf keinen K Okay, das ist ganz wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020